Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur großen Crowd Premiere. Mit dir sitzen gerade mehrere tausend Menschen in unzähligen Kinos und gucken zeitgleich die Free Lunch Society. Wir haben es mal wieder geschafft. Wir haben das Prinzip Kino vom Kopf auf die Füße gestellt und haben diesem relativ kleinen Dokumentarfilm eine riesige Bühne geboten. Heute Abend können wir uns dafür feiern. Wir sind viele. Wir sind die Grundeinkommenspioniere und wir schauen heute gemeinsam diesen Film. Aber dabei soll es nicht bleiben. Wir wollen nach dem Film in Berlin Grundeinkommen verlosen. Da kannst auch du noch teilnehmen. Wenn du also ein Jahr lang 1000 Euro monatlich erhalten möchtest und selber ausprobieren willst, wie sich so ein Grundeinkommen anfühlt, dann geh jetzt noch schnell auf mein-grund-einkommen.de und melde dich zur Verlosung an. Auf dieser Seite wirst du auch nach dem Film den Livestream sehen können. Vielleicht guckt ihr ihn gleich gemeinsam im Kino. Du kannst deinen Freunden erzählen, wenn dir der Film gefallen hat. Mach doch vielleicht ein kleines Foto vom Kinosaal und poste unter diesem Hashtag in deinen sozialen Medien. Ich freue mich wahnsinnig gemeinsam mit dem Team von mein-Grundeinkommen, dass ihr heute Abend dabei seid und jetzt freue ich mich auf diesen Film. Also, los geht's.